Hallo und guten Morgen meine Liebe, ich erkläre nochmal ein bisschen was zu dieser Zahlung und ich mache das jetzt mal kurz in Videoform, dann muss ich nicht so viel tippen und dann kann es auch für andere interessant sein, so zum Thema, wie man halt Reading bei mir buchen kann und so. So einmal danke, dass du nochmal auf mich zugekommen bist und auch danke fürs Feedback, dass alles soweit eingetroffen ist, was wir in der Altenlegung gemacht haben oder Beratung, ich dir da gesagt habe, genau und dann können wir gerne ins neue Thema schauen. Du hast mich jetzt gebeten um meine Bankverbindung, genau, also es gibt einmal ja diese zwei Wege, wie man zahlen kann, die Bankverbindung oder Paypal, ja. Also mit der Bankverbindung, da habe ich dir ja eine IBAN-Nummer geschickt und ich habe ja den Sitz, den jetzt nicht in Deutschland, sondern in Österreich. Aber wir sind ja hier im EU-Gebiet, ja. Ja, das heißt, hier gelten halt diese SEPA-Überweisungen und wichtig ist einfach nur, und das ist jetzt für dich, aber auch für alle anderen, die halt gerne zum Beispiel über IBAN bestellen möchten, wichtig ist halt, dass keine Auslandsüberweisung gemacht wird. Also da dürft ihr nicht denken, dass das jetzt ein Ausland ist, von Deutschland nach Österreich. Es ist technisch nicht, weil wir sind halt im EU-Land, so. Also beziehungsweise ist alles halt EU. Und das bedeutet, es ist wie so eine normale Überweisung. Also ob ihr da jetzt online überweist oder wie auch immer oder zum Bankschalter geht, ihr überweist im Grunde genommen einfach eine normale, das dürfte auch so funktionieren bei der Bank, dass ihr einen normalen Überweisungsschein ausfüllt, aber da kann man auch nochmal separat dann bei der jedweiligen Bank nachfragen. Ich meine, die Mitarbeiter sind da ja auch dafür da und so. Dann ist die Sache in fünf Minuten erledigt, ja. Das ist jetzt kein Brimborium oder so. Online habe ich das so gemacht. Ich hatte bis dato zwei Konten und also halt, ne, eins in Deutschland, sage ich mal, und eins hier einfach in Österreich, dann das Neue. Und ich habe nämlich mir mal was überwiesen und habe es einfach so ganz normal gemacht wie eine Überweisung. Einfach draufklicken online auf Überweisung, als würde man im Inland eine normale Überweisung machen. Und dann rechnet der das automatisch als SEPA um, ja. Und diese SEPA-Überweisung, die kostet ein paar Cent, aber die ist ja, die zahlt ja natürlich nicht extra, ist ja lächerlich, ja. Also das ist natürlich im Preis dann inbegriffen, klar, ja. Also das ist überhaupt gar kein Ding und es ist innerhalb von einem Tag da. So EU-mäßig ist das so, als wäre es halt im selben Land. Und daher ist es auch schnell da und dauert nur so einen Tag meistens, okay. Wenn ihr eine Auslandsüberweisung macht, dann ist das bekloppt, weil das braucht man nicht. Erstens, zweitens, ja, fallen da Gebühren an. Aber die passieren eh nicht, wenn ihr einfach es sein lasst, die Auslandsüberweisung zu machen, okay. Ich erkläre das jedes Mal und manchmal machen es Leute trotzdem. Paypal ist eine total easy Geschichte, Leute. Da kann man sich ein Profil machen, das ist so wie sich ein Facebook-Profil machen irgendwie. Man hinterlässt, ich glaube, eine Kreditkarte oder irgendwie so. Aber das kriegt ihr dann alles Schritt für Schritt gesagt. Und ja, ich glaube, dann bestätigt man einfach eine E-Mail, die man dann kriegt. Und dann ist da sowieso so ein Button irgendwo und da steht dann Geld überweisen an Leute oder sowas. Und dann kann man dann zum Beispiel auf meine E-Mail-Adresse überweisen. Also dann tut man meine E-Mail-Adresse da rein und den Betrag und dann ist das Geld drüben. Aber das kriegt man dann auch alles Schritt für Schritt beigebracht da und das wird erklärt. Und die Kunden, die dann neu Paypal gemacht haben, um halt ein Reading zu bezahlen, die haben gemeint, das wäre super einfach und es ging voll gut. Und wenn man halt die korrekten Daten eingibt, dann ist das einfach überhaupt gar kein Thema. Also ihr seht schon, es ist jetzt nicht wirklich keine Zauberei. Ausland ist immer so ein großes Wort. Also solange alles in der EU ist, ist das alles Europäische Union und Flucht. Genau, das wollte ich euch nur sagen. Und ich wünsche euch eine gute und gesunde Zeit. Ja, und wenn ihr zum Beispiel was braucht, was wissen wollt, wie auch immer, ihr könnt mir jederzeit sowieso eine E-Mail schreiben. Unten steht meine E-Mail-Adresse michelderelletgmail.com Und da könnt ihr euch auch erkundigen, wie man eine Beratung haben kann und alles Mögliche. Und auf meinem Kanal, für die, die neu sind, sind auch ganz, ganz viele Readings, Orakel, aber auch solche Informationsvideos, die ich da gemacht habe, wo ich einen Impuls habe, euch hier was zu zählen oder ein Experiment, ein psychologisches teilweise gemacht habe und so. Und all das könnt ihr natürlich auf meinem Kanal sehen, sowie auch Musik und auch meine Bilder ein bisschen betrachten. Also es ist auch ein bisschen kreativ alles bei mir. Also vielen herzlichen Dank und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ja, bis dann, die Michelle.